So, jetzt geht's hier dran. Eigentlich wollte ich eine andere Mission jetzt eigentlich machen, und zwar die mit der Serana. Aber jetzt stecke ich hier gerade irgendwie drinnen fest. Wo ist eigentlich mein Typ? Habe ich den irgendwo stehen gelassen? Ich wüsste es nicht. Den vermisse ich irgendwie, der ist gar nicht mehr da. Okay. Erstmal herzlich willkommen. Ich bin ja wieder zurück hier. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Na? Ich muss ja irgendwie rauf, oder? Ich muss jetzt sehr lang. Da ist er, aber okay. Gut, ähm, ich hab schon gedacht, na, ich hab irgendwo hingestellt, und, äh, in die Ecke, und... Und wer ist denn? Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Habe ich gerade mal wieder so viel gequatscht, oder wie? Nee, hier bin ich falsch. Also doch andere Richtung. Ja, dass mir das Seranas geht mir durch den Kopf. Ähm, dass ich da irgendjemandem... Ich muss wahrscheinlich noch dieser Volkemoor, oder wie das heißt, Volgima... Ich hab hier keinen Zutritt, also verschwindet. Sagt wer. Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es? Verdammte Sturmantel-Rebellen. Ihr habt hier keinen Zutritt, also... Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Sag mal ein bisschen freundlicher zu mir, denn du weißt ganz genau, ich hab die stärkeren Waffen einer Frau. Und wieder dieser Froschenhals. Kaum mache ich eine Aufnahme. Da sind sie. Was steht denn so blöde da? Nein, mir geht's gut, wie geht's euch? Mir ging es schon mal besser, und euch? Wie lautet euer Plan? Ihr geht gleich zur Sache, was? Mhm. Nun, wie es der Zufall will, habe ich die perfekte Mission für euch. Ja? Wir haben eine Höhle unter dem See entdeckt. Ja? Wenn wir Glück haben, führt sie in das Gefängnis. Ja? Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Okay. Warum immer töten? Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Hört sich spaßig an. Okay, also muss ich laut stöhnen, ja? Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Talos schütze euch. Okay, wo muss ich hin? Ähm, ja, ich reiß mal da schnell hin. Ich muss auf jeden Fall dieses Volk ihn nachsuchen und so weiter, warum soll ich denn das machen? So. Und gefällt euch das? Ähm, ehrlich? Ich sage, manche Vergewaltiger auch, oder? Ähm, ein bisschen wahrscheinlich irgendwie im falschen Film. Das passt nicht dazu. Okay. Oh, das war schon tot, oder? Ah, nee, hab ich. Okay. Ich habe ja vier von Nüsse gegessen, ich habe irgendwas verschluckt und seitdem. Ähm, ähm, ja, habe ich irgendwie den Kratzen halt. Das ist schon merkwürdig manchmal. So, wo muss ich denn? Dahin muss ich. Aber ich kann ja mal gucken. Die Höhle von Volk ihn mal. Dämmerwacht. Erstmal muss ich wissen, wo... Nein. Ja, ich vergesse mal, wenn ich spiele es anders. Hier ist die Dämmerwacht. Okay. Also ganz weit. Gut. Vielleicht kann ich da nochmal nachhaken, was jetzt eigentlich die Sache ist. Äh, wenn ich jetzt diese Mission erledigt habe. Also mit Sarana. Äh, mit dir. Da, die jetzt... Ich bin schon mal gemein. Ich sage dann immer, dass ich hier schleichen muss. Oh, hi. Macht mal bitteschön. Und hier auch. Dann wollen wir mal weiter. Danke. Äh, ich glaube, ich habe gerade bei LinkedIn eine Nachricht bekommen. Ja, das greife ich mir auch mal ab. Ich dachte schon, ich würde hier drin versauern. Also, wie lautet der Plan? Ähm, muss... Wie lautet der Plan? Wie lautet der Plan? Muss ich jetzt erstmal raus? Und oben... Wie lautet der Plan? Ja, gibt es hier noch mehr von denen? Ja, ich weiß es nicht. Wo muss ich denn hin? Okay, ich muss erstmal raus. Gut, so ein bisschen. War gerade irritiert. Der mal wacht, halt mir nicht gefunden. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Okay. Dann wollen wir mal. Ein gläubiger Hunde. Die arbeiten nur aus Solidarität. Ihr wisst ja doch. Ihr wisst es doch selber. Solidarität ist doch das neue Wort für Diskriminierung, Ausgrenzung und Waffenlieferung. Ähm. Ja. Oh, jeder. Oh, jeder. Schimmelkäse. So ein Apfelkuchen. Hey, wenn ich... Kannst du mal die Kauleiste halten? Ähm. Wenn ich ja gerade diesen Apfelkuchen ziehe. So ein kann ich auch was selber machen. Ja, drängt nicht! Lebensmittel sind perfekt für Heilung. Sollte man nicht fliegen lassen. Okay. Wir machen jetzt mal erstmal ein Kampf. Und stattdessen wir erstmal lebensmittelend einzukaufen, obwohl wir schon noch hier oben. Ähm. Kümmern wir euch mal um den. Ich muss erstmal ein Trammeln. äh, ja mitnehmen, bitte lass mich mal vorbei hier hat keiner Lebensmittel die bekämpfen sich dauernd ich guck einfach mal, ob sie einen schönen Käse haben so macht das Kämpfen noch einmal Spaß nur ein guter Krieger gewinnt einen Kampf ohne einen Kampf hier ausgeliebt zu haben und, ja so hier, 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 nee, hier ist nicht ähm, gut die ist leer, hier oben ist etwas kümmert du dich mal um den hier ist nicht weiter hier ist nicht weiter so, ja du auch hier schön gegrillt, schön menschen gleich ähm, kann ich schön weiß, was aus dem Hirn machen so, jetzt machen wir mal Platz hier zum Roller hervorragend geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg ich bleibe hier räume auf ich bin froh, dass ihr da wart ohne euch hätte ich es nicht geschafft ja, so ist es meistens, wa? melde dich und danach mache ich endlich mal die Serana weiter das worumt mich ein bisschen, dass ich die nicht nur nicht geschafft habe melde dich bei Öfrig gut, dann wollen wir mal irgendwie da hin ich seh nämlich da ja, ich seh nämlich auch nach dir mein geliebter Krieger ähm, da ja 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 ähm ja